Läuft schon. Und was sagst, Herrlich? Schönes Mal. Das freut mich. Schönes Mal. Cool. Klasse. Im Gang das Licht anmachen, bitte. Mach ich. Genau, einfach mal an der geöffneten Tür stehen. Und man sieht, wie wenn du gerade einlangst. Willst du schon wieder was trinken? Die Haare wieder zurück? Ja. So ist gut. So ist perfekt. Füße festfrieren. Ja. Und zum Erich, so ist klasse. Ja. Und Erich, hast du eine CD? Ja. Mach ich. Du bist gerade am Einlegen und ich unterträcht dich und dann sagst du, das ist total schöne Musik. Und vielleicht haben wir ja auch einen unterschiedlichen Muschiggeschmack. Hm. Ist dein Auto schon aufgefallen? Ja. Hab ich mir gedacht. Ja. 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 So lustig ist es jetzt alle. So schlecht ist das gar nicht. Ja. Da kommen wir nicht hin. Die gleiche Anlage erst hinten, diese ganzen Kabel, die dann sichtbar sind. Weil du kannst damit hinten an die Wand. Und Erich hatte die Idee, diesen Bügel zu machen. Aus Metall. Und deswegen ist das Ganze jetzt so elegant hier gelöst. Das ist eine super Idee, auf jeden Fall. Weil die ganzen Kabel sind weg. Also rein damit. Die ist an. Ist zu. Und. Danke schön. Lass es mir mal zeigen. Ich habe noch nie gesehen, dass ich irgendwann so über den Schiffen habe. Super, ich bin fertig. Ganz lieben Dank an alle Beteiligten. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Für den Dach noch. Tschüss. 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 Tschüss.